Willkommen zurück Leute zu Let's Play Ark Survival Evolved. Bin wieder mit meinem Bruder unterwegs, hier sind wir ja stehen geblieben. Wollten eigentlich die Folge davor durchziehen, aber Jojo machen jetzt wieder, wie heißt das, ähm Lieber mit Ciao und so sagen, weil wie gesagt Meine Facecam nimmt nur maximal 29 Minuten und 59 Sekunden auf Und deswegen muss ich darauf achten, dass ich kurz mal Pause mache. Ja und deswegen, dass das alles schön smooth an einem Stück läuft. Ja man Alter, holen wir uns hier Stones und Flints. Aber das mit dem Gewicht ist echt mies, Alter. Ich hab schon, dieses Ding hier soll mal weg. Das kann doch hier nicht einfach stehen, Mann. Foundation. Ich muss mal zwei Foundations bauen. Ja, wir bauen aber jeder sein eigenes Haus, oder? Egal. Ja doch, jeder sein eigenes Haus nebeneinander. Aber wir suchen uns dafür eine bessere Location als die hier, okay? Alter. Die ist gut, findest du? Na gut, wenn du das sagst. Ich brauche mehr Fiber, Alter, für das Zeug. Sammel doch. Was ist da los? Guck mal, die Pflanzen bleiben einfach stehen. Was ist da, was haben die getrieben, Alter? Ja, ich weiß, ich weiß. Alter, ey, das war, das ist übelst verschlimmbessert. Finde ich jetzt. Also die müssen da echt nochmal nachpatchen. Da muss ein Hotfix folgen. Alter, wie der Boden wackelt. Merkst du das? Pervers, ey. Übelst pervers. Aber ich blick nicht, ey. So kleine Bombusbäume stehen länger als diese fetten Bäume hier. Ja, ja. Alter, was war das grad? Ach so, das war der Schatten des dicken Dinos. Hallo, Triceratops. Alles fett bei dir? Siehst ein bisschen böse aus. Ich habe da tust mir nichts. Ich esse zwar gerne Fleisch, aber aktuell lieber nur Dodos auf meinem Level, auf meinem Stand der Dinge. Ansonsten, Alter, hätte ich dich schon längst gekillt. Warte, Martin. Wir sind auch dafür, dass wir hier ein paar Dinos ausrotten, oder? Ist das ein Dodo da vorne? Nee, Alter. Was? Bist du etwa für den Erhalt der Uhrzeitviecher hier auf dieser Insel? Alter, das wäre voll geil, wenn es die jetzt noch geben würde. Was? Dodos? Oder Triceratops und so? An sich Dinos. Ja, das wäre richtig nice. Das hast du echt recht. Alter, wie viel Fiber ich auf einmal kriege. Mach mal. Du bist müde. Dann bleib halt mal ein bisschen ausstehen, bevor du da weiter machst. Sprich's ruhig aus. Wir sind hier unter uns, Martin. Ist ja nicht so, dass uns jemand zuhört. Verfickt, Mann. Irgend so ein Baum. So ein... Alter, ich hör mich übelst doppelt, Mann. Was ist das für ein Shit? I don't know. Was fickt er? Wie bitte? Ich hör mich doppelt. Was fickt denn da? Da fickt gar nichts. Lass mal irgendwas töten, Alter. Diesen Langhals da. Nein, Mann. Der tötet uns. Lass mal. Ich hab hier so ein Parasaurolochus gesetzt. Was ist denn das? Ich sammle. Hier sind überall Büsche. Den können wir doch locker töten, hier. Diesen Triceratops. Ja, da fickt... Der fickt zwei, Alter. Der fickt uns mit seinen Hörnern, Alter. Nein, mach mal ein Ding, Alter. Mach mal so einen Sperren, dann töten wir den. Ich greife den jetzt an. Zack, zack. Alter, hör auf. Alter. Tötet er dich? Alter, ja, Mann. Bist du tot? Nein, nein, nein. Renn weg. Oh mein Gott. Geht nicht. Alter. Ich sterbe, Vitali. Ich sterbe auch, weil ich übelst Hunger hab. Überkühlt bei a trike Level 2, Alter. Dann hol dir einfach dein Zeug nochmal. Du weißt ja, wo es war. Hä, haben wir noch Fleisch in unserem... Das ist ja geschwächt. Wir schaffen... Wir schaffen den, ja, ja. Wir schaffen den. Warte mal, ich muss jetzt hier erstmal... Assess Inventory, Alter. Stell, stell Körper. Wo bist du? Wo ist mein Körper? Ah, shit. Eins, zwei... Ich nehm mal drei Fleisch-Dinger mit. Esse schnell und dann hab ich jetzt Durst. Take all from Inventory. Genau. Jawohl, Alter. Warte, ich trinke. So, wo ist der Wichser? Ich greife ihn jetzt einfach nochmal an. Komm. Wo bist denn du? I can't see you. Where are you? Wacht den, Alter. Na, wo bist du? Alter. Mit Speer oder was? Alter, warum geht er auf mich? Er geht auf mich, Alter. Dieser Wichser. Der ist fast tot, Alter. Wir müssen ihn töten. Alter, der fickt mich jetzt. Alter, wie weit ich fliege. Ja. Bis da, komm, greif ihn an. Der haut einen voll weg. Übelst hat er mich weggegeben. Tot auch, Alter. Jagt er mich? Fuck, Martin, der kommt angerannt. Alter, ich weiß... Ich seh's, ich seh's. Ich weiß nicht mehr, wo mein Körper ist, Alter. Alter, wo ist mein toter Körper, Vitali? Fuck, man, da ist er. Wo ist mein Körper? Ich sterbe. Ich find mein Körper nicht mehr. Ich hasse es, wenn er die Nase juckt, Mann. Und deinen Körper findest du nicht mehr. Alter. Nein. Der ist für... Ah, jetzt hab ich scheiß Mikro berührt, Alter. Alter, ich fühl's den... Mikro berührt, Alter. Ich hasse es, Mann. Wenn die Nase juckt und immer beim Zocken, Mann. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Wo haben wir überhaupt unser Feuer gemacht? Keine Ahnung. Alter, dieses Doppelte nervt. Alter, ich bin irgendwo hingeflogen. Alter, such meinen Körper, Vitali, Mann. Ja, ich muss erst mal meinen suchen. Wo bist denn du überhaupt? Keine Ahnung, ich bin grad irgendwie weggeflogen. Das steht drauf, you're heading out of range from host. Ja, jetzt bist du bei mir in der Nähe. Und wo sind wir jetzt? Wo ist unser Feuer? Ich schwimme wieder zu dir. Siehst du mich? Da vorne ist das Feuer. Hier irgendwo muss... Ah, hier ist das Feuer. Ja, da ist das Feuer. Und wo bin ich gestorben? Hier in der Nähe. Hier in der Nähe bin ich gestorben. Irgendwo am Stein bin ich gerannt. Hier hat mich doch dieser... Hurensohn Triceratops gekillt. Dieser Bastard, Alter. Was, Alter? Wo ist denn jetzt mein Körper? Ne Ahnung, ich finde meinen auch nicht. Was ein Scheiß. Mann. Jetzt hatten wir so viel Zeug da drin. Und jetzt sowas. Triceratops, du Huren-Arsch. So. Warte mal, wir finden es noch. Ich glaube, es ist jetzt nicht mehr so verbuggt. Die Pflanzen verschwinden jetzt. Das war scheinbar nur irgendwie falsch geladen oder so. Die Parameter falsch. Doch, doch. Es ist jetzt richtig. Ja, das haut jetzt alles ab. Ja, Torlater. Und wo ist jetzt mein fucking Body, Alter? Mein Torso? Ich suche meinen auch noch. Heiliger Strohsack. Ich bin gestorben, Alter. Denkst du, ich? Da liegt ein... Martin! Achso, das ist scheiße, die hier liegt, Alter. Ich wollte gerade sagen, da liegt irgendein großes Ding. Und das ist ein Stück Scheiße von Brontosaurus. Alter! Hast du es gesehen? Ja. Alter, wo ist mein scheiß Körper? Also, du musst doch... Denkst du, die sind schon weg, die Körper? So schnell geht es nicht. Ich glaube, man hat eine Viertelstunde Zeit. Normalerweise. Wo hat denn der mich überhaupt gekillt? Vielleicht ist mein Körper ja so weit weggeflogen, dass er im Wasser gelandet ist. Kann das sein? Ahnung, Alter. Ich wippe gleich aus, wie meine Nase juckt, Mann. Mann, ey, das ist doch... Blät nicht auszuhalten, ey. Alter, da ist ein Körper, Alter. Ist das deiner oder meiner? Meiner, Alter. Wow, da liegt... Da lieg ich. Ne, das bist du. Ja, Gami Level 4. Guck mal. Alter, ich trage dich. Wie lege ich denn dich ab, Mann? Ne, hier bin ich. Guck mal, was ich an mir... Alter, Körper. Ja, wie lege ich denn ab, Mann? Keine Ahnung. Ups, dann halt mal Y gedrückt. Du bist irgendwo hier vorne gestorben, Digga. Warte, ich will dich ablegen. Okay, ich hab mich abgelegt. Halt Y gedrückt, oder? Wart mal, ich töte. Ich hol mal jetzt unser Raw Meat. Hast du meinen Körper gefunden? Ist der scheiß Triceratops wieder? Natürlich, der ist ja da. Wir tun dir einfach an. Dein Körper, keine Ahnung, wo der ist, Alter. Der muss hier auch irgendwo liegen. Lass uns mal hier das Grünzeug abmachen, Alter. Damit wir überhaupt irgendwas sehen, ey. Eieieiei. Ich war irgendwo an einem Stein, glaube ich, in der Nähe. Der hat mich dann... Ja, das war auch an einem Stein. Das war hier, guck. Da kam dann... Dann hat er mich hier angegriffen. Hier ungefähr stand ich. Also, Körper. Ohne mich zu verarschen, wo bist du hin? Das muss irgendwo hier gewesen sein. In diesem Bereich hier. Guck, doch, doch. Ich hab ihn von hier angegriffen. Hier. Von hier aus. Kann doch nicht sein. Der will ab erstmal. Warte mal, ich mach jetzt mal, dass mein Hunger... Dass mein Hunger nicht so schlimm ist. Ja, ja, Hunger ist wichtig auch. Das mach ich... Jetzt hast du Tor und Ding gemacht, ne? Tor und Wall. Ja. Genau. Da muss doch irgendwo sein dein Körper, Alter. Ja. Was ein Scheiß, Mann. Ich geh mal ins Wasser. Bin ich echt irgendwie runtergespült worden. Ne, Mann, Alter. Da kann ich doch nicht so... Da sind Piranhas drin oder so. Hä, Alter. Das ist doch... Mich zu fassen. Oder? Der muss ja noch irgendwo sein. Reinster Abfuck, Mann. Ja, ja. Das fuckt grad echt ab, Mann. Oder war's an dem Stein hier, Martin? Das kann auch an dem gewesen sein. Ja. Hier sieht's... Das war auf jeden Fall ein Stein. Ich stand da und dann... ...hat mich dieser kleine... ...dreihornige... ...Schildkopf angegriffen. Ja, ich weiß auch, dass das an einem Stein war. Ich bin gestorben und hab' ich gesehen, wie du an einem Stein da gefeilt hast. Ja, Mann. Das war nicht der Stein hier. Hier, wo ich jetzt bin, war das, oder? Ne, ne. Nett? Sicher? Oh, ich hab' erst mal... Ach, Mann, wenn mein Körper hier lag... ...mein Körper lag hier, ne? Ja. Ich hab' gesehen, wie du an einem Stein gefeilt hast. Ich glaub', das war der Stein hier vorne. Der da hier müsste das gewesen sein. Echt? So weit? Boah, hier ist nichts, Alter. Ja, warte mal. Warte, warte. Ey, den find man nimmer, ey. Wir haben zwei. Bei deiner Körper gefunden. Alter, ich hör' mich so doppelt, Mann. Das nervt so. Was denn? Ich hab' genug Spitzsacken und so. Warte mal. Schmeiß mal alles hin, was du nicht brauchst. Dann nehm' ich das gerne. Mal überhitzt, mal unterkühlt. Schon komisch. Alter, dann schmeißt mir hier Sachen raus, Alter. Ja, Mann. Danke. Danke. Ich brauche Fetch und Fiber. Warte mal. Das kann ich nicht überhaupt kraftables, Alter. Du kannst die Items auch einfach reparieren, ne? Das weißt du, oder? Äh, reparieren? Ja. Ne, das hab' ich nicht gewusst. Einfach das kaputte Item, dann Y-Repair das billiger will, wenn du dir ein neues machst. Okay. Äh, okay, mein' ich. Ich hab' mir jetzt mal ne Hose und ein Ding gemacht, Alter. Ein Oberteil. Ist der Feuer da, ne? Ich hole mir noch was Fleisch. Ist der noch blutig, der Wichser? Guck mal, Level 2 und so ein starkes Stück Scheiße, Alter. Ohne Müll. Wie teilst'n du das Fleisch? Woher weißt du, wieviel du 2, wenn du 2 nehmen kannst? Hä? Ne, das weiß ich nicht. Ich hab' einfach nur 3 genommen und dann gegessen, gegessen. Und so, also es war bei mir bis jetzt nicht voll, die Anzeige. So, dann machen wir uns so Foundation-Scheiße, sag ich mal, und ne Hütte oder so, okay? Galio? Ja, ja, ich hab's gehört. Okay, dann antworte auch bitte. Hab' ich doch. Echt? Hab' nix gehört. Pech? Pech, blöd. Hörst du, Pech, kap, blöd, nach mir. Ach, je. Wie viel Fiber brauch' ich denn? 40 und 50 sind 90. Ich tue hier grad rumgrasen. Wie, keine Ahnung wer. Ich mache es. Wie ein Teddybär. Wo liegt mein Körper nur rum? Kann doch nicht sein, dass er so weit weg ist. Oh ja, Mann, Alter. Er ist schon EGG, der Körper. Er ist einfach weg. Mein Torso, mein Buddy, mein sonst was, mein Körper. Da, er ist einfach nicht mehr da. Huh. Ha. Huh. Ha. Okay, gut, ich hör' auf, Alter. Ich flipp grad' voll aus, oder? Geht er da? Ja, Mann. Was'n Lauch, Alter. Was'n Lauch, Alter. Du sagst das. Wie bist der Lauch? Ich hab' was sattet, Alter. Wie bist der Abizian, Alter? Ich hab' was sattet. Haha, so geil, ey. Soll Manu jetzt auch kommen, oder was? Ja, wenn es schon so ist, ja, dann... Gut, Dennis kommt ja nicht, der Ganski. Ja, und ansonsten müssen wir schauen, Alter. Du schläfst ja wieder bei uns, ne, mit Philipp und Delia. Oder? Richtig mal schon. Okay. Ja, ist auf jeden Fall okay. Nur wichtig ist, dass wir nicht so ne zu große Gruppe sind, Alter. Wieso können die auf der Luftmatratze pennen, Alter? Ja, ohne Müll. Dass ihr euch mal abwechselt hier, Alter. Ja, ja, ich weiß, zum Abwechseln. Ich sammle's halt hier voll viel Fiber, Alter. Ja, das bringt immerhin auch ein bisschen EP und sowas. Ich brauch auch, ich brauch auch noch Fiber, damit ich mir Hose machen kann. Weil, weißt du, wenn wir mal so ein Haus und so ne Kiste und so haben, dann können wir auch Sachen, die wir nicht brauchen, da reinlegen. Und sollten wir sterben, fuck drauf, Alter. Ja, ich weiß. Wir haben die guten Sachen dann da drinnen, ey. Also, Schränke und so bauen. Schon geil. Ja, Mann. Ey, wenn das Game auch für PS4 rauskommt, glaub ich, kauf ich's auch nur, dass ich's auch noch auf der PS4 zocken kann, Alter. Ah, was? Naja, also, Xbox One gefällt mir grad schon nur. Diese Bugs, gut, ich mein, die Bugs, die sind dann wahrscheinlich auch auf der anderen Konsole vertreten. Ja, jetzt geht's ja wieder, eigentlich. Jaja. Das war, keine Ahnung, irgendwie falsch geladen oder so. Also, man merkt halt, das Spiel ist noch nicht fertig, Alter. Das ist ja keine Beta-Version, das ist ne Alpha-Version. Und was ist denn los, Alter? Sammel doch. Achso, da will er sich die Steine da sammeln. Ich kann das ne Gose herstellen. Ne Gose? Und ein Gämt, kannst du auch ein Gämt herstellen? Gämt hab ich schon. Haha, das war geil, Alter. Gose und Gämt, Alter. Ah, hör doch auf, ey. Kamer. Ja, Mann. Mal komm, ich level ab. Okay, ein bisschen mehr als Hälfte. Habe ich, würde ich sagen. Alter, da läuft ein Neandertal. Wer ist das? Bla Martin. Tichur. Tichur mit Speer, Alter. Verschwind, Alter, hör auf. Der zieht noch auf mich, der Kleine. Voll wie Turok, Alter, irgendwie. Gell, übelst. Alter, so ein neues Turok mit so PS4 und Xbox One Grafik wär mal nice. Gell? Das kannst du aber, glaube ich, vergessen, irgendwie. Irgendwie schon, ja. Da hast du echt recht. Alter, ich bin Dehydrit, muss mal trinken. Geh, sauf mal was, Alter. Was fehlt mir jetzt? Fetch bestimmt, Alter. Ja, natürlich Fetch. Ich hätte schon mal diesen scheiß Triceratops zu töten, Mann. Den packen wir nicht. Der fickt uns mit seinem Horn in unser primitiv, äh, urzeitliches Poloch, Alter. Stell dir mal vor, du hast so ein Horn, von dem wir im Arsch stecken, Alter. Komm mal her, kurz, Vitali, komm mal her. Warte, warte. Komm mal her, wo bist du? Hier, wir haben gerade am Fetch abbauen. Ja, bleib mal stehen. Guck mal her, guck mich mal an. Wo steckst du denn, du? Dreh dich mal um. Okay. Guck mich mal an. Das klingt irgendwie wie Durchfall, oder? Gib's zu. Wie das angehört hat, gell? Halt mal ein B gedrückt. Warte. Halt mal ein B gedrückt, dann oben links, Pup. Warte. So geil. Noch mal kacken, Alter. Das heißt, man kann hier sch- Halt mal. Halt B, halt B gedrückt nach dem Pup. Hab ich schon. Da liegt das Stück Scheiße, oder? Wie du es angreifst, Alter. Da liegt das Stück Scheiße, oder? Ah, ich kann nicht mehr, Alter. Man kann willkürlich kacken, Alter. Das ist OP. Alter, dieses doppelte Gehör ist kacke. Egal, das musst du dir. Ich will zum Level 6 kommen, um meinen Steinschleuder zu bekommen. Ich weiß nicht, wie ich Steinschleuder auf Englisch bin. Was heißt New End? Ach, ich bin zu voll, Alter. Ich bin voll, mein Gepäck, Alter. Dann Gepäck, Blitz. Gepäck. Gepäck, Alter. Ich brauche mal hier die Bären weg, Alter. Alter, warum? Kann ich jetzt irgendwas herstellen, was Fetschiges? Croftables. Wo? Foundation. Foundation, Alter. Ich habe schon, ja. Ich habe jetzt zwei Foundations, Alter. Mach mal 4x4 oder 5x5, Haus. Was heißt 4x4, du bist voll, Alter, oder? Nee, nee. Du gehst so langsam. Du gehst so langsam. Ich habe auch zwei Foundations. Ja, 4x4 meine ich. Äh, 4, äh, von links nach rechts und dann 4 von unten nach oben. Weißt du, was ich meine? Ach so, ja. Doch, kann man so machen. Ja. Was bist du wieder voll, Alter? Wir brauchen dann auch eine Kiste. Lass da mal eine Kiste noch dazu craften. Also, Engram-mäßig. Boah, wann geht das? Ich brauche noch, wann lang muss ich den ab? Da unten läuft so ein Parasauro-Lochus, Alter. Wenn wir den töten, kommen wir Level ab. Was kann ich denn wegwerfen? Warte mal, was kann ich denn wegwerfen? Oh, Bären. Oh, ist der kleine Typ, ist wieder durstig. Oh, ja, Papio, Alter. Warte. Stimberry, Alter. So viele Bären, wie ich esse. Speedman-Impfler. Alter, ich habe über 60 Bären, Alter, die ich gerade runterschlucke. Mal gucken, ob mein Hunger dann komplett weg geht. Alter, guck dir das an. Übel, dübel. Ich habe noch zwei Stückchen Fleisch, Alter. Echt? Du hast zwei Stückchen Fleisch? Ja, die musst du selber essen jetzt. Ja, esse, esse. Mein Hunger ist gerade... All right, das geht nicht. Komm, wir gehen mal da den Parasauro-Lochus töten, Martin. Was ist das? Dieser große da? Nein, nein, der nebendran da rumläuft. Swim, Alter. So, dieser mit dem Horn da, ne? Ja, mit dem Horn nach hinten, genau. Okay, ne? Genau, so ist in der Art, ja. Давай, давай, bitte. Давай, давай. Los, Ren, Alter. Urheio, blöd. Welches Level ist der? Level 1, Martin, also bitte. Wo bist du? Kommst du? Warte, 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 warte. Ja, jetzt, komm, dabei. Dabei. Ficken wir ihn! Alter, wie der wegrennt, ziehen die rein. Bleib stehen, du kleines, rotköpfiges... Ne, der blutet, Alter. Hä, was? Warum bin ich denn schon wieder dehydriert? Alter, ist der tatsächlich... Der schwimmt im Wasser. Guck mal, das ist eigentlich Ducky, der Schwimmer, Alter. Petri, der Flieger, und Spike, der Dornenschwanz. In einem Land von unserer Zeit besser. Guck mal, wie der einmal noch wegrennt. Mistvieh rennt einfach weg, Alter. Das bleibt da stehen, komm. Jetzt steht er. Alter, meine Hungeranzeige füllt sich immer noch. Ich hab davor, ich weiß, wie viele Beeren ich gegessen hab. Locker mal 100, ey. Warte, ich warte auf dich wieder von beiden Seiten, okay? Ich weiß, warum du dehydriert bist. Du bist wie ein Beeren dehydriert. Echt? Machen die durstig? Naja, die machen durstig. Einfach geschissen, ey. Komm, der steckt mit dem Kopf im Stein fest. Dabei, bichu, bichu, schnell, renn, 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 renn. Go on. Warte mal, warte mal, warte mal. Das musst du auch verbessern, dieses Stamina, damit du langer laufen kannst. Ja, ja, mehr Ausdauer. Ah, da ist er. Ausdauer, dabei. Raz, dwa. Ja, Mann. Ja, Mann. Level 1, ein Dino gekillt, Alter. Alter, wie viel Raw Meat, der gibt vier Stück. Und hide, Alter, so viel Haut. Jetzt müssen wir hin, wo ist unser Feuer? Da hinten ist noch so... Komm, wir haben... Warte mal, ich crafte ein neues Feuer einfach. Ja, wir hatten da hinten ja eh nichts. Warte mal, aber hier ist zu viel Sand, oder? Auf dieser Location, um hier zu bauen. Lass doch mal lieber... Doch, egal. Willst du hier bauen? Was ist denn bauen? Ja, okay, wie du willst. Ja, ich mach dir das Feuer hin, was du machst. Pallagier, du, du. Das holst du dir, Ubiru. Mehr Wurz. Ravmeat. Setsch, du hast zu viel Setsch. Warte, ich bin müde, warte mal. Ich mach jetzt erstmal hier diese Steine weg, damit wir hier bauen können. Ja, ja, bin ja auch gerade dabei, Alter. Wird Zeit für eine Bleiber, oder, Leute? Diese Location ist echt nicht schlecht. Muss man schon zugeben, ey. Jo, Bonavrot, Bläd. Spiels Hacke am Arsch. Stein weg, Bläd. Dabei, nimm. Primative Stone Pig. Ja, man, da ist weg, der Stein. So, da war, du, richtig geil. Genau, zum Beispiel, einer kann hier bauen, einer da drüben. Da kann man so eine Brücke drüber machen. Kann man Brücken bauen, überhaupt? Okay, die sind ja nicht da zum Schlafen. Ja, ja, du kannst so Dinger bauen. Und, ähm, wie heißt das? Und diese Betten, die man bauen kann, die sind nicht dazu daumen, zu schlafen, oder so. Sondern das ist nur für, äh, quasi Schnellreise. Echt? Also, es ist immer Nacht, du kannst die Nacht nicht überspringen, oder so. Ah, okay. Nicht wie bei Minecraft zum Beispiel, ne? Ich mach nochmal hier meine ersten zwei Foundations hin. Ich hab nochmal zwei Foundations gemacht und mach ich jetzt mal ne Wall. Okay, ich brauch... Ich brauch noch mehr Fetch, Alter. Willst du wieder dunkel? Nee, oder? Nee, ist noch hell, Alter. What the fuck? Achso, der läuft langsam. Schuck hier, meine Foundations, Alter. Wo? Ja, Mann, Alter. Hier noch eins hin. Hier noch eins hin. Ja, Mann, ja, Mann. Hol die, Alter. Sag, Alter. Ich brauch so viel Sag. Sag, Alter. Sag, Sag, Sag. Sag, Sag hat mich viel, Alter. Sag. Fiber, Fiber braucht man nicht viel. Kann ich dein Ding mal kaputt machen? Ja, deine Foundation? Ich mach sie mal kaputt, okay? Ja, okay. Nein, Mann, mach ich nicht. Ich bin doch ein Guter. War noch nie schlecht. Alter, geil, wär auch irgendwo mitten im Dschungel irgend sowas zu bauen, oder? Nee, lieber immer am Wasser und sowas. Wir sind ja hier in der schönen Easy-Zone, Alter. Nee, ich baue... Ey, wir sind hier am Wasser, da hinter uns ist Wald und so, das ist schon gut. Ich glaube, ich baue einfach direkt neben dir, Martin. Das ist, denke ich, mal besser, Alter. Du baust einfach auf der anderen Seite vom Feuer. Ich baue hier rechts und du da vorne links. Ja, genau. Das wollte ich doch damit sagen, Alter. Wo ist denn das Feuer? Nochmal? Vier Stück kann ich herstellen. Vier Stück, Alter. Ich kann vier Stück herstellen. Okay, also ich baue hier, ne? Oh, du willst... Das ist ein bisschen pochum, blöd. Das ist ein bisschen pochum, blöd. Wie du das immer sagst, blöd? Jöber nach vorne, blöd. Aber вообще, das ist ein Schwer, Alter. Ist das nicht zu wenig hier? Vier auf vier, Alter? Ich habe ja gesagt, fünf auf fünf vielleicht sogar. Selbst das ist noch zu klein. Noch größer, meinst du? Warte mal, ich gucke mal kurz. Ich habe ja noch... Oh, das ist jetzt vier. Was, vier? Ich habe jetzt hier vier Stück. Ja, genau. Nee, das ist zwei mal zwei. Weißt du, was ich meine? Links zwei und hoch zwei. In einer Reihe gebaut. Du, ja, ich nicht. Ja, guck mal, das ist doch zu klein, oder? Schau mal bei mir. Warte mal, ich komme gerade. Vier auf vier. Mach mal noch eins und dann ist es fünf. Und dann fünf in die Richtung. Dann brauchst du halt noch mehr... Wie heißt das, ähm... In der Mitte, ne? Ja, genau. Also noch eins hier nebendran bauen. Ich würde sogar sagen, noch mehr, Alter. Aber wir müssen die Folge gleich beenden. Nein. Warte mal. Wollen wir da noch eine aufnehmen? Ja. Okay, mach mal, oder? Ich bin gerade Level abgekommen, Alter. Ey, fünf auf fünf. Freig. Alter, irgendwas greift mich an. Je bat. Martin. Alter, das ist Level 20, Alter. Bitterasse, blöd. Dava, gibi, was am Neu. Komm, ich komm, ich komm. Alter, mir... Gibi, was? Dava, Alter, ich hab... Tod, Alter. Nein, nein. Ja, Mann, du hast einen Gebungst, Alter. Du Hurengesichtiger. Der war Level 20, Alter. Ich kann jetzt erstmal Level abkommen. Ich mach jetzt mal Stamina, glaub ich. Und jetzt... Stamina, Alter. Stamina Back, Alter. Ey, wieso brauchst du nur zweimal zwei, Alter? Das war... Das sieht nur so aus. Hier, ich mach jetzt auch Kiste. Oha. Dafür brauch ich drei. Oh. Hä? Was? Oh, ich hab Hunger, Alter. Ich mach mir jetzt mal Schuhe noch dazu. Schuhe Hunger. Alter, ich hab auch Hunger, Martin. Nun kann füttern mich. Warte mal, ich hab hier vier Fleischstücke. Warte mal kurz ab. Weil werf ich dir hin? Azulberry, Alter. Ich esse gerade Azulberries. Hier. Ah, es wird schon wieder dunkel, Mann. Warte. So, sei je bies, Alter. Jetzt hab ich bestimmt Durst. Weißt du, ging gebrochen, gell? Wo steh... Wo, wo, wo? Ah, da, ne? Nee. Wo? Wo bist denn du? Ich hab ein Feuer. Ach so, ich hab ein Feuer. Feuer! Ja, da muss ich jetzt mal hinkommen! Mann! Lass mal gleich Folge da beenden, Alter. Nee, fünf auf fünf. Fünf auf fünf reicht. Fünf auf fünf reicht. Okay, wenn du das sagst. Groß. Ja. Stellen wir uns auf unsere Plattform, Alter. Zwei Fleischstückchen hast du mir gegeben. Ja. Das ist sehr großzügig von dir. Alter, mein Hunger geht einfach nicht hoch, Alter. Wow, Alter. Doch, das geht schon hoch. So, Alter. Da war jetzt der Wein auf deinem Foundation. Warte, ich dich hab. Da war, da war. Alter, wie bei mir hier das Haar hier hochsteht, Alter. Seht ihr das? Ist ja pervers, Alter. Falsch geklebt mit dem Haarkleber, Alter. Da war, da war, da war, da war, da war. Was ist denn da, war, Alter? Da war, Alter. Guck auf mich. Haut rein, Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao! Oh, ich hab auf mein Haus gekackt, Alter. Hahaha. Ciao-sen.